Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte meine ersten Erlebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Mit unserem Stoffwechsel? Mit unserem Stoffwechsel? Mit unserem Stoffwechsel? Mit unserem Inter Requiem. Var die Wirkung! Ja. Das müssen Sie mal schauen. Untertitelung des ZDF, 2020